Hallo Leute und willkommen zum nächsten Abo-Spezial, Part 2 mit Sgt. Spider-Kill. Ja, wir wollen so gesagt wieder online spielen, ich hab's ja versprochen. Und ich glaube wir legen sofort los. So, jetzt dauert erstmal eine Weile wieder, ihr wisst ja. Das jetzt hier mal ein bisschen tricky ist, aber okay. So, das sind unsere Gegner, die heutigen Gegner, ja. Gut. Und wir sind's im nächsten Rennen mit bei. Ja, wir sind hier vier Runden, die noch fahren müssen. Das werden wir jetzt alles herausfinden. Auch wenn mein Internetverbindung nicht so gut ist, weil nicht, dass sie nach Abspacken tut. Ich hoffe nicht. Ja, ich hab's mir denken können, warte mal. Die Verbindung ist instabil, Leute. Den liegt aber auch wirklich an den Router. Ich hab' ja gesagt, irgendwie muss ich das versuchen. Aber wie, keine einzige Ahnung. Ich weiß nicht, ob das dann jetzt an dem Fernseher oder an der PS3 liegt. Aber wir haben bis jetzt keine gute Verbindung, das werde ich auch an... Ja... Ich weiß nicht, heute ist ja Sonntag und das Problem ist ja, sind sehr viel im Internet. Ich versuche trotzdem die zwei Stunden, vier Stunden einzuhalten, egal was passiert. Ich glaube, ich müsste dann erst mal irgendwas im Internet einstellen, weil, wo die PS3 ja aus ist. Ja, mal gucken wir erstmal nach... Okay... Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder ein Fehler in der Datenübertragung. Und damit geht es so gesagt jetzt richtig los. Okay... Wo sind denn die Gegner, Alter? Wo sind denn die Gegner, Alter? Da sind ja kaum welche da... Okay, da war jetzt doch von mir. Ich habe mir jetzt bloß Sorgen, dass die Verbindung ja nicht hinhaut. Wie ihr sagt, es sind sehr viele im Internet am Sonntag. Ich weiß ja nicht, ob es hierbei auf der Welt... Also in unserer Region ist auf alle Fälle Sonntag, ja. Wenn ich baue, ist die Partie zusammen. Wenn das jetzt absolut nichts werden sollte... Ja... 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 Na 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 na, Stuyochi! Ich glaube ich muss irgendwann den Fernseher-Internet mal abstimmen, weil... Wann das jetzt wieder instabil ist, trenne ich den Fernseher erstmal ab, weil den brauche ich erstmal nie im Internet... nä. Wenn das absolut nichts werden sollte, dann werde ich einfach mal den Cut dranlegen. jyyyy Ich weiß nicht ob das jetzt ein Stabi ist Na Gott sei Dank nicht Irgendwann die Runde geht dieser Bissen hier Obwohl die ne Menge Schluchten hat, ja Komm schon so hin Geile Sache Alter Ich bin der allerbesten Fahrer hier, ey. Die Scheiße. Wenn du noch was, dann müssen wir ein Talent ja beweisen hier. Nicht wahr, Taut? Wenn das wieder rumspringen, hier hast du ein Viecher da. Ja. Stuhi. Stuhi. Ja. Auf geht's rein. Nein. Was? Mach selbstverständlich noch mal macht es noch einen Film. Okay, hiermit ist es. Das esspäß mit dem Auf diskutieren könnt ihr. Wenn man ja ganze Charaktere hören könnte. Meine Charaktere sind Gamer. Jetzt sind die alles witzige Leute, die wir ges Creed haben. Früher war das ja nicht möglich so was. Auch wenn es ja nicht schon eine Weile gibt, ja. Naja, es gibt Internet, so gesagt, seit ne lange Zeit schon, aber wir haben das erst nicht mal, wir haben erst mal diesen Router nicht mal im Jahr. Und das will ich auch abdußen, ey. Zieh mal die da hinten an, die kacken Auto ab, ey. Autofähie, Autofähie, hehehe. Und ich bin unter Profis unterwegs und ich unter so einem Stückis hier, ey. Also nein. Ja, Sonntag, geht Sonntagsfahrer. Hehehe. Sonntagsfahrer, das passt doch perfekt, ey. Ja, so geht's hier. Und das ist meine Arztabkürzung, okay. Kann ich in die Wand fahren? Also Gürtchen, was geht denn da? Ja. Ja. Muss ich da ein bisschen hier umschauen. Ja. Wir sind getroffen. Ha, wir sind getroffen. Ha, 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 ha. Und den Herzen kassiert. Er wird. Ja. Juhu! Klaro, 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 klaro! Wenn wir jetzt erwarten, dass wir am Ziel sind, dass wir das wieder kennen tun. Und weiter geht's. Ich nehm die hier, die ist am besten. Ja. Der Eis ist da. Der Eis ist da, jeder aus Sachsen-Anhalt kommt. Ja. Hallo. Hallo? Hallo, Schierwiesen. Werde wie der Autofeldigte Jura. Wir nehmen jetzt eine Verteidigung, weil... Jürgen macht das Gleiche. Legt aber Fehler halberweise ab. Ich kann mich keiner kriegen hier. Bis jetzt, eh. Ich kann dir mal eben sagen, zwei Natur brauchen wir echt schwer für mich, jeder. Ja. So, ich bin das erste Enkel-Spider. Das ist dir. Oh, der war schlecht. Aber ich würde mich degradieren. Ehrle Sache. Und schnell rüber spüren. Oh, ich hab hier ein Wasser getroffen, Alter. Ja, you, 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 ja, you, 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 you. Reid, Ik. Leute, press die Verbindung-Wind-Stabil, ich w� appointment euch. Nur als Vorwachung. Was ich nur so gesagt habe, weil ihr müsst jetzt gleich wieder abkacken, die Verbindung. Den Weg aber den Fernseher und die Playstation erstmal aus Internet herausschmeißen, weil sonst haben wir hier immer nur Fails, sobald das Warnzeichen kommen sollte. Oh, ich hab den Gurkern getroffen. Das hört mir ja so leid. Banane, okay. Und ein Durften. Der Viruti entfernt, und der schwarze Yoshi zum Beispiel ist so weit entfernt. Der ist ja voll crazy, ey. Der hat ja beide überrundet, den da hinten. Also der ist nicht den ersten, den letzten hier. Ja. Komm schon, ich bin mit einer Freundin zusammen. Ich hab schon die Verbindung abkackt. Ja. 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 Ich hab' nicht so viel schlauchten. Ja. 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 Die Strecke haben wir nicht geblendet oder doch? Keine Ahnung, ich hab nicht geguckt. Hello, what's going on? Das ist wie eine ganz andere Strecke, oder nicht? Die war dabei nicht in früheren Parten gesorgt. Da gibt's ja 4 Strecke im 1. Ich dachte immer, früh muss man alle 4 abfahren, aber... Warte mal. Mein Gamepad kackt ab. Ja... Ich weiß nicht, warum den Scheiß da jetzt abkacken tut, ey. Böses Gamepad. Du meinst, die Sache mir nicht reicht, ey. Ne, ne, wie ihr sagt, bei der Scheißdinger ist die Dackelbox, hier würde ich ja weiterkommen. Was soll ich mit Kölzer anfangen, ey? Du wirst, die kann man sammeln für irgendwelche Fahrzeugteile. Du wirst ja ganz besonders die Kassenkarre. Näh, ne, 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 ne... Ne, 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 ne... Dess mir hier Abschumen, Alter. Ja Fragezeichen. Ja 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 ja. Ups. Ganz weils ein Epic Fail. Und wer denn der Stuhl, Alter? Dieser ähnliche Typ hat das Loch gehabt. Aber Vorsicht, hier haben Sie was gern. Ich kann mich ganz schnell outen. Dann hier auf kurzem war Eskuha. Der war knapp Leute. Der war... Der war... Der war Hascha. Kommt irgendwann gleich wie der seltsige Typ, Alter. Ich meine nicht ihn, ich meine diesen komischen... Der mit der Spitzhacke da rausgab. Da ist er da! Hesun! Wie sind wir eigentlich? Viele sind wir ja nicht, oder doch? Hm, der ist ein 7er, okay. Doch, wieder eins ist der mit dem Mie fährt, ey. Ist ja peinlich, das Einzige da hier! Ja, also nein. So, im nächsten Part geht's weiter. Jetzt kommt der zweite Abschnitt des Abo-Speziales Part Nummer 2. Was nehmen wir denn? 9... 8... 7... 6... 6... 7... 4... 19... 19... 8... 9... Geiler Name, ey. Hier wieder hochrasen, Alter. Alter Spiokratik-Frecke. Jeder Franzose ist gut, ja. Da wird er keine Flaggen merken, wenn ich zum Hochzug. Autsch. Nochmal Autsch. Geht so ein Drefaches Autsch? Ein Vierfaches Autsch! Juhu! Das ist so knappkacke. Denn die Pilze sind hier nicht so brauchbar, weil die kann man nicht so gut abkürzen. Hallo, Yoshi. Hallo, Zweiter Yoshi! Hallo, Mr. Maria. Schön, dass du dich gerade in der Nähe sagst. Oh, der Gute ist hier. Miam, Miam. Wurde gerade von der Röhe geschockt, Alter. Alter, der Süß. Was hätt er gemacht? Ja. Erstmal vollen sieht der hin. Alter, der war voll getroffen, voll in Schwarze. Genau auf den Rücken getroffen, ist der Wahnsinn. Hallo, Jürgen. What's going on with you? Dann kannst du mal eine Münz anzeigen. So ist das direkt. Achtung, rotes Ding, wo du uns anmachst. Hier. Außen noch selber. Er nugget mich zurück aus, okay? Wenn es ihnen Spaß macht. Er nugget mich zurück aus. Pilz-Attacke. Na, Stromattack. So, ich glaube nicht, dass ich abzug bekomme. Das wäre ja wirklich die größte Blamage. Ein zweiter Abzug bekommen. Dann möchte ich sagen, wir gehen in die Niederlinie fahren. Ja. Wie lange die brauchen, ey. Ja. 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 Das sieht man eindeutig. Ja, ja. 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 Wir haben immer mal einen Abort. Mathilde. Von hier gibt's einen Film. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wenn wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also beim nächsten Mal. Ta mayor! Also beim nächsten Mal. Und meine über Tony Franco. Ich bin nervös estabreläti. Ich bin nervös für die Nase. Schicksalpuppe, jetzt bin ich! Stell mal vor, es gibt eine richtige Schicksalpuppe! Oh du fräcker! Oh du-do-lo-lo-lo-lo-lo-lo! Ich gehe voll ab, ey. Immer was denn die hier? Der Dorf ist ein bisschen dämlich. Hey, ein bisschen mehr, Spieler. Also ernsthaft. Und wieder sieben, ey. Ja, genau die goldene Mitte. Alles nur fast deutsch, ey. Gitu mir auch nicht. Hallo. Hallo. Aber es ist immer geil. Ja. Ja. Feuergucke. Ey, du blöde Mut, du Scherast. Meiner ist nicht die Griechen, weil meiner sind nicht die Tiere hier. Sie sind so fett, ey. Sie sind so gerne wie Köchenstel. Sie sind so fett. 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 Ja. Ja. Pflanzene Tech. Pflanzene Tech. Pflanzene Tech. Pflanzene Tech. Oh, meine Pflanz ist eingerascht, ey. Der wird automatisch auf mich, ja. Auto-Fail-Ibis-In! Ja, beleidige mal Ibu-Ibis-In-Spider-Kill. Beleidige mal die, das schöne Spiel. Vorschubser-Spider-Kill. So ist es bei meinem Kopf ein Spiel. So ist es. Die beiden da runter, Alter. Das ist der komische... Ja, doch, Typ! Der hat mich verkehrt. Der wird immer weniger Fahrer, ich weiß nicht warum. Es ist Sonntag, der wird ja zockt, verdammt! Der ist ein-nein, der ist ein-nein-nein-nein-nein-nein-nein-nein-neinни-nein-nein. Es ist die Humild Family Die Geist! Stürr, 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 stürr. Meine Verbindung hat gleich wieder ab, Leute. Und wir müssen noch ca. 20 Minuten verspielen. Ja, und dann ist der zweite Part erstmal beendet. Ja, jetzt ist ein Back drin, ich hab's gewusst. Ich kann nochmal neu laden. Ja. 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 Ich hab ja jetzt seit 513 Truly wieder hoch bringen. Müssen wir erstmal hier absearchen Wie gesagt, Sonntag sind sehr viele Münze Das ist ein bisschen problematisch Wenn nicht, werde ich erstmal hier konvertieren Dann müssen wir später online weiterspielen Wenn die Verbindung nicht so im Stabil ist Wie gesagt, es tut mir wirklich leid, dass es eben da nichts wird, aber Australien? Hä? Ich wollte doch Regional haben Ich will den Trafik jetzt irgendwie nicht Keine Ahnung, was das soll, aber okay Hier fährt man also massenweise Runden Hier fährt man 7 Runden, glaube ich Oder 9er Es tut mir wirklich leid, dass die Verbindung ganz instabil war Aber wie gesagt, ich hatte Playstation, Fernseher und Computer und die Viewer und Handy Das muss erstmal ein Trend werden, ja Dass es hier irgendwie los geht Die nächste sind eh eine Runde, das wir runden müssen wir auf andern, dass der Part wird Ja, es geht Es ist ja eine melodramatische Runde, aber was soll's Das fahren kommt eben aus Australien Das ist doch gar nicht Europa Also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig Denn in Australien muss doch eigentlich nicht global sein Nicht regional Also das würde gern mal wissen, wie der sich hier bei Europa hinloggen kann Dann würde ich es jetzt wahrscheinlich einfach machen, ja Es gibt doch Computergenie, das ist ja klar Da habe ich erkennt, da habe ich mich ja nicht mit einzumischen Aber fragt würde ich jetzt das schon, liebe Leute, ja Also wenn ihr warum das ist, warum man da von so weit eben her noch in Europa reichen kann Wäre das echt geil, wenn ihr mir das erklären tut, ja Ich glaube, wir sind auch rausgeflogen auf mich, Alter Ich glaube, wir sind auch rausgeflogen auf mich, Alter Oh, der war etwas fiesch, aber okay Die Runde gibt es auch auf der N64, ja. Schöne Trompen. Goldpilzschrommel. So, wir machen den Sektor ein, so. Oh, er hat die bloß die Pilze eingesetzt, ja. Jetzt sind sie futsch. Jetzt ist es zu late, so spät. Ja, ich glaube, bei 1500 Punkte ist das nicht gut. Der erinnert Frankreich. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hallo Leute. Ey, die kennen wohl von folgenden Part hier. Den von der ersten. Die kennen wohl von der allerersten Part. Na ja, es geht. Es geht. Ah ja, Metroid 480. Den kennen wir auch noch. Hallo. Hallo. Mach doch mal, ey. Hah. Dann haben wir nicht mehr kölen's bekommen. Dann haben wir mal kölen's bekommen. Das ist ja nix neues. Nein, 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 nein. Da haben wir hier Blüm-Spritze. Ja, das ist ja nix neues. Nein, 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 nein. Nein! Ne, das tut eh nicht stütig Wasser, aber okay. Aber Pillow ist auch die Verbindung, aber ich dachte eh. Ich wär hier auch nicht bei einer auf einander mit bei, ja. Das ist mein Freund. Ich bin mal hier rein, ey. Okay, das wär's nicht, aber was soll jetzt? Er legt ne Banane, er legt ne Banane! Oh egal, ich freu mich da rüber. Fert gut. Hat geschehen, ey. Wow, schmeißen ja mal Teile hier rum, ey. Adam! Adam Lampert! Hahaha! Das ist eng, aber ich weiß. Das sind aber eigentlich diese Sprutierer. Auf bei einer der einen Zürpbrille fahren, ey. Und der Eila Kietel, der Kollege, macht uns sehr schlafe, ey. Ja, die, die immer runter runterziehen, ne, die immer hochziehen, ja. Nach mir, Badger. Papier auf dich getroffen, hm? Stürbier, Alter. Das heißt Krabbe, ey. Die Stadt, wie im Weg, ist gar nicht dafür. Die ist dort mir im Weg, hier rum, wieder rum, wieder rum, wieder rum. Oh, der hat Hardcore. Aber, okay, der hat Hardcore, ja. Yo, 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 so geht das hier immer weiter. Das ist ja wirklich, warum es alle durchs Ziel sind. Die Exe-Byte-Musik da wieder abgelaufen ist. Ich nehm Herr Ullpiste. Adam, sag hallo. Sag auf Wiedersehen. Ich erinnere mich, dass ich wieder verkuscht habe, okay. Da wollte die Wahrheit nicht wissen. Das ist ja wirklich. Dump-dump-dump-dump-dump-dump. Eine Strecke wurde ausgewählt. Sehr schön! Auf geht's, auf geht's, auf geht's im Stress! Hallo, mach! Ja, ja, kann man über die auch ausgießen. Vermute ich ja zumindest, ja. Ja, jetzt schieb ich nach vorne, was für ein Fanartyp! Vielleicht ist es doch gute Arbeit der Kido! Pilz, Maschrum, und nochmal ein Maschrum! Hallo, das Radetyp! Auf Wiedersehen! Schön, dass Sie alle mit Freifalt! Und nochmal einer rauf! Auf den Ellen Lemberg! Jööööö! Das hirg die komischen Kitten mit einer Kette rein! Aber Bumerang kann man gar nicht abwehren, mit, ähm... Abwehren mit, ähm, die Teile da... O, so, wechern! Der Name war versteckt! Secret, secret... Seekwetrap Ja klar, ich mach das Ding und der, und der fährt in der Trap drin Ja, naja, 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 naja Mach'n fett mit soır schön, soır schön,μ, soır Saturday Du POLI Woah Auf Wiedersehen, Peter. Ciao. Ernst, da ist doch ein herrlicher Platz, Leute. Jöi. Das ist doch famos. So, 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 so. Wir nehmen... Nee. Oh, lecker doch. Ein bisschen schwerer, Alter. Er hat sich wieder verkuscht. ZAN SCHEIZ! Er braucht nur noch einen siebten, verdammt. Hey, siebter Player, wir suchen dich! Oh, schau her, sieh mal verpisst, Mensch! Yay! Schön! Warum nur Sechse? Ich schenk das nicht! Blödes Spiel, Mensch! Hallo? Hey, mach! Ja, wer ist immer extra herbar, mir? Eine Runde in der Skere-Lotik-Sky Schönen Appenblock, da er da! Gar nicht, er ist mein giezerischen Freund! Das schmerzt doch ein bisschen, was du willst. oh das ist ein gut oh 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 die haben hier runtergestochen ok hier kommst du der beste Fehler nochmal super ja nicht mit mir liebe Leute fertig übertreibs nicht mal fremd ich habe mir die runde ein bisschen kurz davor steht ja wenn ich jetzt ne fucking jahre das ist aber eine ganz lange runde keine ahnung wer ist keine ahnung wer ist wer ist auswählen dürfte wenn jeder 200 300 300 300 400 hupraum ja ja geile sache mensch hat hat geplett ja gut Leute das war's ich kann noch ehrene Brunusrunde fahren denn ihr habt die Bundesabkarte sowieso hier aber nehmen wir noch einmal Da wäre es die Feldschunde noch, aber okay. Ja, Vierer bloß noch. Das kann aber was werden, ey. Also das kann aber was echt werden. Vier Spieler? Ich glaube ich spinne, Alter. Taut, freu dich nicht! Doch, ich fühl dich da! Hallihallo meine lieben Freunde, Leute, 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 Leute. Und rüber schon ist. Oh, bitte! Oh, bitte! Didi! Didi Kong! Hahaha! Didi Kong! Meines Blut! So, jetzt hat sich nur nicht Schluchte drin, ja. So, jetzt hat sich nur nicht Schluchte drin, ja. Ich hab's ja mit den Schluchten, Alter, ja. Da ist total mit den Schluchten! Ich hab's ja mit den Schluchten. Ich hab's ja mit den Schluchten. Ich hab's ja mit den Schluchten. Das ist ja nicht so, dass wir da. Okay, bitte. Ich habe verkehrt. so leute das war's mit dem paar tut mir wirklich leid wir sehen uns demnächst im special 3